Hi! Haben Sie schon unseren Schatz den WiFi 6 gesehen? Natürlich haben Sie das! Ich habe Ihre Kommentare in unseren sozialen Medienkanälen gesehen. Wo ist WiFi 6 mit einem USB-Anschluss in voller Größe und wo sind die 2.5 Gigabit Ports? Also, lasst uns das tun! Ihr habt es verdient! Ein leistungsstarker WiFi 6 Router mit einem USB-Anschluss in voller Größe und 2.5 Gigabit Ethernet. Das Spitzenmodell HUB-AX-Cube. Eines unserer leistungsstärksten Heimgeräte überhaupt. Es verfügt über eine moderne Quad-Core ARM CPU, die mit 1.8 GHz läuft, ein solides Gigabyte RAM, etwas NAND-Speicher und unsere neuesten Dual-Chain- und Dual-Band- Wireless-Schnittstelle. Die Antennenverstärkung kann bis zu 5,5 dBi erreichen, sodass Sie selbst im superschnellen 5 GHz-Spektrum eine hervorragende Abdeckung erhalten. Beide Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad. Ein Router reicht für die ganze Wohnung aus. Das Signal ist stark. Und die Rechenleistung? Oh Mann! Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals das volle Potenzial aufschöpfen kann. Ich verwende einen sicheren VPN-Tunnel, wenn ich von zu Hause aus arbeite, aber dieses kleine Ding kann so viel mehr. Ohne Einbußen bei der Leistung. Komplexe Firewall-Regeln, IPsec-Hardware-Verschlüsselung, WireGuard, BGP, fortgeschrittenes Routing. Mit der Leistung von RouterOS 7 und unseren AX-Geräten können Sie alles Mögliche tun, ohne einen eigenen Serverraum zu benötigen. Da Sie immer nach dem USB-Anschluss fragen, haben wir einen USB-3-Anschluss hinzugefügt. Das sollte für alle Ihre Anforderungen an die Speicherkonnektivität ausreichen, aber ich kann mir auch andere Anwendungsbereiche vorstellen, wie das Hinzufügen einer mobilen Internetverbindung. Jetzt kommt der besonders coole Teil, Ethernet-Anschlüsse. Vier von ihnen sind die üblichen Verdächtigen, das gute alte Gigabit-Ethernet, das wir alle kennen und lieben. Außerdem gibt es einen POI-Eingang und einen POI-Ausgang, so dass Sie eine gewisse Flexibilität bei der Stromversorgung haben. Aber wir haben außerdem einen 2,5 Gigabit Ethernet-Anschluss hinzugefügt. Die Geschwindigkeit wird Sie umhauen. Apropos Geschwindigkeit. Diese Generation, WiFi 6 oder AX, bietet bis zu 38% schnelleres WiFi im 5 GHz-Spektrum und bis zu 90% schnelleres WiFi im 2,4 GHz-Spektrum. Die heutigen Telefone sind wahnsinnig leistungsstark. Das gilt auch für die Laptops. Warum sollte das beim drahtlosen Netz anders sein? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ethernet ist fantastisch, aber der Kabel ist nicht mehr die einzige Option für echt krasse Geschwindigkeit. Und die Arbeit mit massiven Dateien über das WiFi? Nun, es ist kein Traum mehr. Schnappen Sie sich eine Hub AX und lassen Sie sich überraschen. 2,5 Gigabit Ethernet, WiFi 6, USB 3 und die gesamte Rechenleistung, die ein Keimrouter benötigt? Klingt gut? Nö, klingt fantastisch. Je früher Sie bestellen, desto schneller bekommen Sie es. Diese neuen AX-Geräte sind ein echter Renner in den Regalen. Sorgen Sie dafür, dass Sie in Ihre Richtung gehen. AX-Geräte uhbilertime.